Ich hab noch eine Eingang abgesperrt Ja die hier vorne, direkt Die werden dir aufgemacht von euch, Idioten Ey, der macht das wieder auf Ey, ich fick dich gleich Are you fucking serious, dude? Ach echt, die können mich von überall ansteßen, du Bainer Der macht's wieder auf Ey, der Rude macht's wieder auf Good job, dude, you fucking boosted Ape Okay Scheißdorf, scheißdorf KK, dude You're a diamond I would kill myself, dude Holy fuck Good job, Sebastian I would kill myself, dude Holy fuck Good job, Sebastian Ich hab Schaden von hinten bekommen Ich hab Schaden von hinten bekommen Einmal 15 Schaden hab ich von hinten bekommen Ich hab Störsender bekommen Punkte Fuck my life, Alter Okay Wieso würd ich den so gerne jetzt so'n Headshot mitzübers geben Aber irgendwas Ja, Twitch Drohne Wie gesagt Nice, wo liegt da jemand an? What the fuck? Nice, diamonds Im Loch, im Loch, im Loch, was ich gemacht hab Ist das Fan? Ey, läuft was mit deinen Füßen los Ich hab bisschen Ja Ich hab bisschen Einer war an dem Loch, was ich gemacht hab Twitch Drohne ist dort Ey, Dennis, leg dich mal an, dann gehst du auf den Und einer an der Tür Lass ich mich? Alter, hab ich mich erschreckt Nicht erschrocken Nicht erschrocken Ey, Junge, der ist nicht drüber gestaltet so Ey, ohne Witz, Janta Du platzierst immer so komisch deine Jäger-Teile, ne? Ja, so weiß Was soll das bringen, wenn die ne Granate reinwerfen? Hä, wenn die hier ne Granate reinwerfen, fängt das mir das ab Aber nein Nicht wirklich Wenn das vor dem Schild landet, kriegst du trotzdem den Schaden Nein, wenn das hier reingeht, fängt das das ab Ja, wenn das da reingeht Aber du könntest auch einfach 5 Meter Ja, aber wenn ich hier hin I know what I'm doing Boost the diamond Trust me I don't trust Faggot Hurensohn 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 Ahahahah Ich bin auf so eine Droge, Leute Nein Er würde so raus springen Ja, ich? Du lächst doch vor Ja, die sind hinter mir und die stehen Ja, bleib du mir vor Ja, schieß mich einfach ab und so hinbekommen Und haust dich gestört Ja, jetzt zieht die rum Lächerlich Roshi, 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 Roshi Ich vertraue mir Roshi Ach, f*** dich doch Ey, du bist so bad Ey, du bist so bad Du läufst vor mich und dann sagst du Oh, schieß doch Dennis Als ob das meine Schuld wäre, dass du verreckst Warum ist das deinem Schuld? Sind wir in deinem Schuld? WTF? Ey, Dennis ist jetzt nicht da Ich muss gut die Gang tanken Ich muss gut die Gang tanken Das war Fetcher, glaube ich Oder halt Firma Oder Pierce Ey, Dennis rennt da raus Dennis rennt da raus und kill die Dennis, mach das Noch einer, noch einer, noch einer Aber low life Hä? Langsam Wollt ihr mich verarschen, Junge? Was rennt ihr mal raus? Wollt ihr mich verarschen, Junge? Wollt ihr mich verarschen? Sonst prise Ihr seid ziemlich boosted Ich wette, ich hätte auch 5 aufgeliebt, dass ich mal gesagt hätte, mein Dennis ist alles verengeschön Boosted 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 Und dann ist das ein Roller Das ist ein Roller Das ist ein Roller Da 내가 dieses Roller Das ist ein Roller Du musst doch daneben hauen, damit es rauskommt. Ich glaube, er ist down. Das linke ist runder und das rechte, das geschafft. Was? Er hat es geschafft, er hat es wieder raus bekommen. Wo ist das? Da an der Wand! An der Wand. Ist es nicht da Dennis, ist es an der Wand noch. Nein guck mal! An der Wand ist das noch. Genau so ein Stückchen, der Boden ist abgelaufen. Ich glaube du bist abgeknallt. Der guckt einfach den Boden an. Das ist ein eigener Druck neutralisiert. Das passiert, wenn man kein Mute nimmt, geboostet von Obrafen, Alter. Bitte nimm das auf. Aber das ist all about all your good for me. Ich denke mal, ich denke mal, ich denke, dass ich die Dugschung guckte. Ich denke, dass die Dugschung guckte. Wer ist das jetzt? Hey, man kann mal jemand schießen? Ich hab ihn verletzt, er ist down an der Treppe. An der Treppe ist einer down. Unten. Unten, der ist down. I believe I can fly. Weiter wallern! Knifen! Und dem anderen Team, mit einem Teammate helfen. Holy fuck. Du kannst dann von oben rein füßen normalerweise. Wie die alle sterben. Die machen so lange Zeit. Ich glaube, der braucht ein bisschen Hilfe. Ah, ne. Der macht das schon. Der macht das schon. Oh, vertwitcht von der Gekille. Fucking autistic, fuck. Maybe if you actually did something instead of drawing shit on the wall. Maybe we would have a fucking chance. Holy fuck. Ist rausgefallen, Dennis. Die sieht bei dir ein Penis aus. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Who's that? East Germans. Ihr seid Ostdeutsche. Look at Stats. Wenn du oben drüber bist, juckt dich das nicht. Nee, du kannst auch links. Du kannst dich auch umdrehen. Das ist ja eh geil. Ich kann das nicht machen. Bist du boosted? Du bist zu hoch. Du bist zu hoch. Wo denn? Du musst mal weiter runter. Jetzt. Jetzt bist du zu tief. Jetzt bist du zu tief. Ey, Junge. Warum spielst du Fuse? Ey, Junge. Du bist boosted, ohne Witz. Warum spiel ich mit euch? Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand. Ich will euch richtig halten. Das ist jetzt scheiße wichtig. Bist du ein Blick. Brittany. ếnselecklayer. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. uin.